Hier präsentieren wir die 5 beste Edelstahlschüssel-Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. WMF Gourmet Schüssel sieht vierteilig. Der Hersteller WMF taucht gleich zweimal in unserer Top 10 Liste auf. Zum Küchenschüssel-Säb des Unternehmens gehört nun auch diese Edelstahlschüssel. Aufgrund ihrer bauchigen Form und ihrer Hitzebeständigkeit kann sie auf vielfältige Weise zubereitet werden. Selbst bei der Verwendung eines Mixers bleibt die Edelstahlschüssel dank des hochwertigen Materials unverwüstlich. Der flache Boden und der Schüttrand sorgen für eine einfache Handhabung. So hat die Edelstahlschüssel einen stabilen Boden und lässt sich leicht ausgießen. Das exquisite Design eignet sich sowohl als Servierschüssel für Ihre Gäste als auch für die Zubereitung von Speisen. Nummer 4. WMF Funktion Bovels Rührschüssel 1,5 Liter WMF bietet ein breites Sortiment an Küchenschüsseln für unterschiedliche Einsatzzwecke. Die WMF Funktion Bovel Rührschüssel ist durch ihr einzigartiges Design ideal zum Rühren und Schlagen. Sie ist 19 cm hoch, hat einen Durchmesser von 12,5 cm und ein Volumen von 1,75 Litern. Die Innenskala reicht von 250 ml bis 1500 ml, was ein einfaches Abmessen ermöglicht. Neben den Markierungen zeichnet sich die Edelstahlschüssel durch einen Griff und einen Spritzschutzdeckel aus, die die praktische Zubereitung erleichtern. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. LACOR Schüssel Garinox, 24 cm 2,50 LT, rostfreier Edelstahl. Im Gegensatz zu den bisher gezeigten Edelstahlschüsseln handelt es sich hier um eine einzelne Schüssel des spanischen Herstellers LACOR, nicht um ein Seed. Obwohl ein Deckel nicht im Lieferumfang enthalten ist, zeichnet sich dieses Modell durch das hochwertige Material und den stabilen Stand aus. Neben der außergewöhnlichen Materialqualität ist die Edelstahlschüssel durch ihren silikonfreien Boden auch für hohe Temperaturen geeignet, etwa für ein Wasserbad zum Schmelzen von Schokolade. Die preisgünstige Variante kann auch im Gefrierschrank verwendet werden und lässt sich problemlos in der Spülmaschine reinigen. Nummer 2. LUVAN Rührschüssel 6er Seed mit Deckeln und Silikonböden. Die Edelstahlschüsseln sind bei diesem Hersteller auch im Seed erhältlich. Das sechsteilige Produkt ist mit einem Fassungsvermögen von 1,5, 2,0, 2,5, 3,5 und 7 Litern wesentlich größer als herkömmliche Schüsseln. Dadurch lässt sich das Seed vielseitig einsetzen und verhindert gleichzeitig das Auslaufen von Speisen. Außerdem ermöglichen die Edelstahlschüsseln die Verarbeitung größerer Mengen. Die Edelstahlschüsseln mit Silikonboden von U-Miete Chef sind nicht nur rutschfest, sondern auch perfekt für schnelles Rühren. Durch ihre seidige Oberfläche hinterlassen Sie keine Fingerabdrücke. Und die Nummer 1 unserer Liste. Youning 18-10 Edelstahlschüssel Seed bestehend aus 5 Stück. Das Youning Schüssel Seed aus 18-10 Edelstahl ist ein robustes und anpassungsfähiges Schüssel Seed aus Edelstahl. Das Seed besteht aus 5 Schüsseln und passenden Kunststoffdeckeln. Jede Schüssel hat ein Fassungsvermögen von 0,8 L, 1,2 L, 1,6 L, 2 L und 3 Liter. Aufgrund der verschiedenen Größen kann das Seed für eine Vielzahl von Zwecken verwendet werden. Zubereitung von Speisen, Aufbewahrung und Servieren. Darüber hinaus verfügt die Edelstahlschüssel über eine Skala im Inneren, die das Nachverfolgen der Zutaten erleichtert. Die Reinigung ist aufgrund des hochwertigen Materials einfach und pflegeleicht. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.